also das ich nehme alles auf, ich nehme Rang und Locke auf, es kommt doch so an wie halt ich abschneide so herzlich willkommen zu einer weiter Folge Rhympo, wir zocken einfach mal ein bisschen Rang ich möchte gerne mal Rang aufsteigen hier, nicht so dieser mit dabei ist der Eber der Eder, der Eberhaartier, der Schwudi, nein der Tür, ja ne nur halt wir können immer noch nicht zusammen spielen aber letztens also gestern ging's da haben wir ein paar zusammen gezockt müssen wir gucken ob irgendjemand mal auch keine Angreifen soll der Rund spielen? Papp, 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 Papp Vollblech, Hasbro, Vollblech heute? ja ja, ich kann, deswegen hab ich ja gefragt ob er heute Zeit hat weil ich kann morgen, ich kann zum Beispiel wie er gesagt hat Samstag hab ich keine Zeit äh Samstag hab ich auch irgendwie trägt deswegen wollte ich fragen ob er heute ähm mit den Runden zocken können aber, ah, hast du ja letztes Jahr letztes Mal aufgenommen ja hab ich aber es will ich nicht hochladen weil es so ein Chaos war, das laute ich nicht hoch Alter, hier in Thüringen ist kein schöner Sturm ich sag der baut sich hoch einfach weil, das ist ja mein Bruder Alter, dass ich mal keinen Bock hab was? äh, Bett, Bettfront jaaa eyyyy ja das tut ihr ja bitte nach'n oh, hast du es gefunden? ich wollte grad schon neustart aber was gefunden hm hä, er baut sich zu oder was? alles genau äh, du konntest ja rein, Jürgen, ich sag was bitte von zocken aber wenn du ich hab ja allen den Gegner, da ist Ben halt der Junge den Traft ey ich wollte schon sagen, wär ja lustig gewesen wenn wir uns zu treffen ich hab wieder ähm war für was für ne Map spielst du? ich spiel auf ach, äh ich kenn mich ich kenn mich schon noch in den Camps Maps aus wie heißt ich spiel Wolkenkratzer wie bist du türkisch aus? türkisch? 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 ja ich sag Wolkenkratzer das ist nicht ne chinesische Map hey türkisch gibt's gar nicht, wir haben keine türkische Map da egal ach, hier sind sie drinnen aha jetzt hab ich richtig viele Punkte gemacht, weil ich alle scannt hab ich kann mich schon wieder ausrasten ich kann mich schon wieder ausrasten das ist so unlogisch ich spiel hier mit Fuse irgendwie wie montana montanje meinst du? ja montanje ja ja weiß ich auch bisschen ja du musst dich halt dran gewöhnen ja das dauert ein bisschen bis du mit dem ausreich kommst an den Aufnahmereben alles klar ich wurde entdeckt hä? von da hinten du wurdest entdeckt pass auf Hilfe alter ey das kann nicht sein, dass er rauspiekt ey ey der fasst mich an was hab ich nicht für Leute im Team ey was macht ihr mir? von Scheiß er hat sich halt noch kein Rang er hat sich halt noch kein Rang oder was ist das so geladen? über schaust allem nicht halt auch, ey seh ich nicht ich lebe nur zwei aus unserem Team halt doch dein Maul oh mein Gott da ist er ja du alter was ist los? das ist Jäger der ist das richtiger Wichser du und du alles klar das ist geil er soll lieber mit Drohne reingucken wo der ist guck doch mit Drohne du hast einen zur Verfügung guck mit Drohne bitte guck mit Drohne ja gut der ist da drin der ist da drin ey du oh da war der du hättest ne easy in der Hedgehog geben können meine Güte der kommt jetzt andere Richtung oh ja oh ja nice gut gemacht boah wie unabisch ja das weiß doch sein so klick der das schafft jetzt du 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 bu pot 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 oh fick ey help me mini miche ich hab grad mehr max teezimmer k zimmer jetzt sind wir uns hin schützend das macht er denn auch wenn wir nicht anstehen wie die behaupten bei den bürgten er hat einen Bunker d d er hat Ich höre einen rumtappen, da sind sie, Hallo, können Sie mich in Ruhe lassen? Ich will... Der macht schon wieder eine Pike, Hingin, das macht er da... Hä, von wo kommen die bitte? Nein, hä? Hä, du Assi! Wo hat der mich bitte gesehen? Alles klar! Ja, kann ich nur sein Maul halten, Junge. So ein Pisser. Nein, das ist draußen. Ich weiß, Gott sei Dank, Alter. Ooooooh! Ach, alles klar. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Mission gescheitert, eigener Trupp neutralisiert. Ja. 2.000, hä? Reihe! Oh, nehm ich ihn jetzt mal, hä? Ja, jetzt stimm ich mal. Oh, hoi, das... Hoi, das ist ja immer noch. Was andere? Oh, oh, ne. Also, ich glaube, wenn wir so weiter stürmen, geht auf jeden Fall unser Holzzaun hinten auch in den Arsch. Der bewegt sich schon übelst, der bewegt sich schon übelst, der bewegt hin und her, Junge. Ja, ich habe das nicht gemacht, wenn wir den Holzzaun... äh, Holzzaun rausgeholt haben. Ja, rausgeholt. Äh, äh, das zeigt den jetzt... Thor. Schlecht, sorry. Komm, geh jetzt rausgeholt. Geht halt bei mir unten in den Keller. Nein, das ist mit Beton. Es ist mit Beton, es bewegt sich hin und her, Junge. Diese Holzbalken. Alles ist gut. Jetzt übertreibst du auch. Ich hatte gestern schon Döner, ich habe irgendwie Bock auf irgendwas. Keine Ahnung. Ich überleg, ob ich mir da irgendwas mit Pommes oder sowas hol. Keine Ahnung. Weil die Pizza war übelst egerhaft. Oh, stell dich doch mal nicht den Weg an. Ihr seid zu logisch. Oh, das war ein Mann. Ich bin so ein Trottel. Ich habe anstatt meinen Hammer die Granate geschmissen. Scheiße, du bin ich denn. Ich mache so Spränzchen, obwohl das eigentlich krank ist. Oh, ey. Auf alle. Kann nicht sein. Oah, ey. Auf alle. Kann nicht sein. war an helfen mir helfen mir helfen mir dann noch ein gegner verbleibt wenn uns reingehen ach bin ich dumm ah wie nehm ich nix mal hast du was irgendwie schon ich mein tös jetzt alter aber steht auf jeden fall schon mal 2 zu 1 ist schon mal gut heute muss ich schon mal ein bisschen vor produzieren weil ich habe gestern keine folge aufgenommen deswegen mache ich ab und zu mal zum beispiel jetzt patschi oder reinbo ja ich habe gerade über die arke ja habe ich auch gerade auf fort nein ich bin gerade auf fort ich weiß noch nicht ob ich richtig ja wenn du aufnehmen könntest du auch mal probieren vielleicht kommt es ja gut an weil bei mir kommen wir immer gut an also ich habe mich von von den idioten angeschossen also mir kommen wir immer gut an das hat immer zwei likes schon anfang also wenn ich wenn ich immer gleich zwei likes am anfang von mir auch immer also ich finde es besser ich finde es besser erstmal grüße gehen erstmal raus dank euch das ist ja so aktiv weil ich mich schon mit raus auch wenn ich manchmal echt rein scheiße muss ich mal ganz ehrlich sagen ey so vielleicht wollen die leute das sehen dass ich so rein scheiße nicht schlecht bei e wo du mein Wort drauf kommt auch Jules das kann nicht sein und machen Jules dabei verletzt mit alles noch nein was war denn das jetzt dein Standort ist gefährdet hä was ist der explodiert ich hätte beide locker easy weg geholt was ist der explodiert Mann also bei uns was zur Hölle war das bei uns ist eigentlich alles hell ist das kuriose nein wir haben das hallo runter gemacht achso also wie du ey das kann nicht sein ich hätte beide weg geholt mach grad den Pack vor aber irgendwie ist es da auch was exkludiert ich frage mich auch was es jetzt war ähm da ist jemand drin da ist er da ist er da ist noch jemand oh mein Gott Mann das ist Rang ihr könnt doch nicht so scheiße spielen wenn ich wegen wenn ich wegen den Pong ey wenn ich wegen den Pong 4 werte dreh ich Richtung Rad ich hätte es 2-2 ich würde es noch nicht verloren den Standort des Biogefahrgutbehälters finden nein nein ach die sind da die sind da wo wir jetzt auch waren oh fuck oh ich hasse die Typen Mann ey das ist fantastisch Alter was ist mein Geil ich hab ne gutes Versteck für die Drohne gefunden ich hab ne gutes Versteck für die Drohne gefunden ich hab kein in so'n Klo haha ich weiß nicht Alter ich hab dann von unser Fenster geflogen das war aber kein das war ein das ist schon die scheiß Blöcke ein Grower keine Ahnung was hab ich gedacht na ass oh das wärs ja noch gewesen alter Also, hast du schon mal reingezockt, ne? Ja. Zum ersten Mal, welcher Rang warst du da? Äh, wo ich zum ersten Mal Rang war, war ich Gold 3, ne? Aber dann hat Damon mich zugefahren, ey, komm, lass mal ein paar Rücken Rang spielen, gell? Weißt du, welcher Rang ich dann war? Kupfer 4. Kupfer 4, wegen Damon. Oh, ey, das kann nicht sein, dass die Piegen immer die ganze Zeit. Es geht mit dem... Muss ich neun Matches machen, dass es ihm Rang vergabelt ist? Ja, ja. Du musst neun Matches machen, dann kriegst du einen Rang. Dann könntest du bisschen Bronze, äh, Gold 1, äh, sein. Ja. Neun Matches verlieren. Äh, dann kommts halt, wirds halt immer schlechter, das musst du halt gucken. Ich wollte hier grad auch, glaub ich, einen Rang, aber volle Kanne, weil die... Weil die gegnerischen Team die ganze Zeit pieken. Vor allem dieser... Plitz-Wichser. Äh, Plitz, äh, Bandit. Ich überleg, ob ich einen Plitz hol. Noch. Das ist die Frage, wo ich einen Plitz... Ja, nein. Ey, da ist jemand draußen. Das ist schlecht, wenn... Ey, ich geh in den Arsch, als ob er sich trifft. Och, seh. Da ist sie, Mann. Da ist sie, Mann. Ach, mein Gott. Alles klar. Halt den Moll. Da kommt jemand hoch. Ich hör das. Geh rein. Der ist ein Frostfall. Oh, ne. Oh, ne. Er hat doch die Frostfall, da liegen sie. Äh, die Top, da noch voll rein. Oh, mein Gott. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Auf den Müll. Jetzt würde ich wieder einen Gang schlechter. Fuck mein life, Alter. Oh, ne Witz. Na, deine Mauer. Was ist denn los? Oh. Oh. Hey, Digga. Ich brauche mal auf. Die Weste. So, Müll. Das regt mich auf. Wenn die jetzt nochmal gewinnen, haben wir verloren, ne. Es geht... Können die das Spiel überhaupt... Oh, wie seh ich das? Was? Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Den Raum sichern. Oh. Wann verstärkt! Wann verstärkt! Kenne ich doch hier. Dring, gut. Ah. Pa, 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 pa. Ey, da habe ich die Twitch-Wohne gesehen. Ach, die scheiß Twitch-Wohne. Fünf Sekunden. Wissen die? Ey! Ey! Ich muss mich nicht mehr reifen. Die Twitch-Hole geht mir keiner. So der... Tritt mich noch einmal betrieb, ich habe am Rad, also... Piss dich doch mal! Ja. Meine Fresse. Es geht voll drauf, ein Pisschen über diese Twitch-Hole. Oh! Da war ein Gold noch. Wo er schon... Ey, ich will doch mal Kalladenreine in unser Haus. rausschmeißen Alter, alter Backwixer Ich guck' den Kostor Du Hurensohn Ach nicht Du Hurensohn Passt auf Und dann sagen wir, wenn du nicht da bist, dann zocke ich an dich, dann tue ich noch mal links noch mal an Was? Ähm Ähm Äh, Fortnite? Ja Ja, ich isolier's mir auch Du komm' das zusammenzocken Ach, sie sind hier oben Dass wir wenigstens ein Spiel noch zusammenzocken können Da bin ich echt gut Du hast mir mal erzählt, ich kann noch reinfusen Äh Die Kamera ist auch gut Hm Das mach' ich jetzt auch Ja Der holt mir manchmal so ein, zwei Kills Außer die machen pelige Da geht's schlecht Mit dem Oh ne Werft den lang, der wird kaputt Nur noch 15 Sekunden Da ist er mir dann voll reingelatscht Nice Hier steht es glaube ich 3-3 oder so Weil jetzt gewinnt hat es auf jeden Fall gewonnen Jetzt müssen wir nochmal alles geben Oder? Ich weiß nicht Ich glaube es gibt 2 Verlängerungen Wenn die jetzt gewinnen können wir nochmal aufholen Oder so war es doch Ich weiß es nicht mehr Ich bin bei Mira Mira Blal Warum schon wieder ein Teilzimmer alter Ah ok Uh Ich habe einen geholt zur Kartei Was hast du? Ist ein Zettel weggeflogen? Ich war nicht Ich bin von nicht Irgendjemand draußen ist ein Zettel weggeflogen Und so Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen Den Raum sichern Hallo Mira Äh da geh mal weg da Ich habe es bis jetzt kein getötet Ich habe es bis jetzt kein getötet Weil ich es einfach nicht hinbekommen habe ey Ich lass mich da ankotzen Und jetzt von der Teilzimmer ist das Das Dirn ist raus Siehst du mich? Also da ist不是Stand Das ist Glück Wie man sich gesichert Mit dem Elender haben der Secke auf gehört Türen ist draußen Türe Türe ist draußen Super Bugg, mach das mal zu, ey, Bugg, warum sag ich Bugg? Mach das mal zu, oder? Oh, der Bitter. Ah, schon wieder da. Schau, von dem da. Aufpassen, nein, geht, Lesion, hör auf. Oh, nice, Lesion hat einen geholt. Wie viele Matches darf man ungefähr verlieren, meine ich? Keine Ahnung, ich habe auch ein paar verloren, deswegen bin ich eine Ponce geworden. Und du wirst niemals in, du wirst niemals in Rang erleben, dass irgendjemand sich umbringt, also von dem Team, weil nämlich, dass ich da bin, die auch schön blöd, wenn sie Rang aufs Spiel setzen. Oh, Sophia, meine Güter, Sophia. Der war ja nicht auch irgendwo an der Tür. Letzter verbleibender Gegner. Neu. Wo geht die Zeit so schnell, die Jock? Ich glaube, das ist zu viel und die ist da. Ah, Mann. Ah, das war, Dings. Du wurdest entdeckt. Steil. Als ob. Mach kein Müll, mach keinen Müll jetzt. Ich sag's euch. Jetzt muss er reinkommen. Zehn Sekunden. Wir haben ihre Versuchung. Ich versuche den Behälter zu sichern. Den Gegner von der Sicherung. Als ob. Ey, das kann nicht sein jetzt. Nein, ich weiß nicht die Falle. Dann weißt du gleich, wo du bist. Oh, fuck. Hey, das kann nicht so was sein. Alter. Der, ja, der liegt. Ja, fuck man. Bisschen Erfolg für eigene Truppen. Also runter 1 haben wir gewonnen heute. Ich glaube, wir brauchen einfach schon mal für einen Match-Rang schon fast 31 Minuten. Alles klar. Weil es so ein hin und her ist. kopflich wenn wir das gewinnen haben haben wir das herangeboten ich glaube danach lasse ich es auch mit tragen ich glaube danach sage ich einfach was für ein bisschen locker ich glaube wir müssen dran machen was du noch? ja ja kannst du ja machen weil du musst ja einfach dran machen dass du dran bekommst wenn kommt mal durch mal 11 weg weg hey ne 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 so die Kündigke Pappappapp O O Schaffte 1 Aura aber der nicht nur kein Flüchtling Das heißt, die pieken schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Das hört sich auch schon mal gut an. Bereit für Durchbruch. Nächsten Fluss. Und noch ein Flussmier. Vielleicht wurde entdeckt. Die Tür zu. Dann die aufgemacht. Oh, es sieht gut aus. Wir könnten das diesmal gewinnen. Oh, es sieht gut aus. Wir könnten das diesmal gewinnen. Den Dachverdenken bestimmt bei uns wäre das Tor weggeflogen und alles. Mal schauen. Sind die alle in den Raum drin? Das wäre ja schon mal passend. Ja. Ach, die sind oben. Aber gut. Okay. Was ist das? Das ist der Föller. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Das ist der Föller. Warum wollte das Messer nicht aktivieren? Ich hab den so gemessert. Ist klar. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Ey. Nice. Gewonnen. Ist klar. Ich hab den so gemessert. Und das würde ich sagen. Nicht echt jetzt zeigt, dass ich ihn gemessert hätte. Noch. Schon klar. Ach, geil. Hat der Kämpfer Sieg. 5 gegen 5. 8 gegen 5. Perfekt. Komm. Mach mal. Ey. Mein Herz ist schon wieder so richtig auf Adrenalin. Oh. Ein bisschen Bronze in 2 wieder. Nice. Komm. Geht noch ein Alpha hinterher. Natürlich nicht. Krass. Ich bin gleich, ich mach mir mal Spaß zu essen. Ich hol mir auch schnell was kurz zu essen. Also kurze Pause am streamen, wir können kurz Pullern gehen und euch vielleicht auch was zu essen. Bis dann gleich wieder. Also ich bin gleich wieder für euch da. Da zeige ich mir nur 1, 2 und morgen. Oder locker oder so. Bis dann. Die Hände. Das ist sicher. B plantearse. x Ihr müsst. Das ist sicher. Ich bin gleicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. What's that been? Okay. 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 Okay, sei bald. Nein, das ist alles in den Titten. Ich bin so, dass ich das Haus habe, die Barschlein, die wir heute hier haben, die wir heute hier haben, die wir heute hier haben, die wir heute hier haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Ich geh mal schnell mit meinem Essen holen. Okay. Ja. So. Okay. 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 klar weil er hier dass die hier draußen läuft also das ist er wieder für den sich ein draußen entdeckt wo 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 unter uns unter uns bitte was hat das gewünscht dass ich da oben war was mir wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen ich höre euch dann erstmal auf zu streamen gegen 15 uhr weil ich dann kurz was erledigen muss und dann bin ich für euch so gegen ungefähr 15 15 30 wieder da was wir dann zocken schauen weil ich kam schon lange nicht mehr auf meinen kanal our watch vielleicht kommt auch wieder our watch weil eigentlich produziere ich ja ein bisschen vor für ja black sky weil nämlich ich habe nämlich ausgesperrt die assis bei black sky legen mit ein paar videos hinten naja bei bei dings haben wir genug videos bei auf meinem hauptkanal auf ist immer weil ich ja da wo play noch nebenbei mit machen also ob ich nicht trägt holen ich erwisch kann ich wahr sein Puh, 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 Puh. So. 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 Sofort verlassen. Blitz hab ich auch gemacht. nur noch ein gegner übrig. Oh, nice. Da steht's für den schonmal 1-1. Vielleicht musst du auch hauen. Weiß ich nicht. Was spielt denn der? Ach so. Nice. Bis, bis, bis. . Es ist entspricht. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren, den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Hi. Haben wir gesehen, dass wir küschen? Ich gehe doch weg. Wo sind die eine Cam? Ruf mal an. 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 Da ging das Bruder Ich hasse hier Bruder Der Wichser weiß, dass ich jetzt hier oben bin Da ging das Bruder Ich hab angehltet Halt's Maul, das kann nicht wahr sein Das war irgendwie wahr Alles klar, ich hab 6 kills schon Nice 6 kills und 1 assist Perfekt einfach Besser kann es gar nicht laufen Und nochmal verteidigen, das gewinnt mal jetzt Den Raum sicher Wir müssen den Bio-Gefahr-Gut-Behälter schützen Oh, und pack' mich ganz auf Skill Versterbung der Wand verendet Au, ich pack' hier mal eine hin Dann pack' ich da eine hin Ich muss noch schnell da rausgehen und gegen Wildwirtönen Ich muss wissen, von wo sie herkommen. Brauche ich, brauche ich schon einen Gaben, wo die hier kommen. Da kommen sie. Ist das ein und hör mal, wo sind die anderen da gekommen? Alles klar. Ich möchte auch gerne noch eine... Nein, ey, das kann nicht sein. Voll hinten. Fuse, du bastard. Ja. Okay. Ah, das ist klar. verbleibt Was ist das für ein Jude? Was macht denn der da oben? Komm die Jungs, wir müssen das schaffen Hä? Warum hast du die Kleine kaputt? Die haben doch auch gekämmt Alles klar Was Kessel Was für ein Kessel in den Gefahrens war, habe ich auch noch nicht verstanden. Er hat jetzt unsere eigene cam kaputt gemacht, wo wir reingucken können Was ist denn das zu schlafen? Die soll einfach in Raum bleiben, bis es zu Ende ist, bis die Zeit abgelaufen ist, oder so. Nice, gewonnen. Geile Name. Aber 60 Punkte habe ich gemacht. Äh ne, 3600 Punkte. Nice. Ey Digga, der Puls. Komm, komm los, geh mal einfach packen. Natürlich nicht. Okay, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Mir nicht. Schnauze. Viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns, tschau.